Sadei Sadei Oh Das war das Achievement Wir haben unser Haus erweitert, liebe Freunde Wunderbare Sache Sieht doch schon viel besser aus Wir haben eine Küche mittlerweile auch Ja nice Ja nice, wer sagt's denn? Holy shit, ah ok, hier können wir auch die ganzen Sachen herstellen Boi Nice Fucking nice Sieht doch sehr schön aus finde ich, sehr gut Kann man die Sachen auch ein bisschen verschieben oder so? Ne, leider nicht Das hier allerdings schon Äh Ja, ok, ok Ja, das, mhm What the fuck Na, what the Dammit Ah, ah, ah ok Ah, Session Ok Äh, das kommt mal ein bisschen Können wir eigentlich hier hinstellen Dann machen wir mal ein bisschen Inneneinrichtung für Anfänger Das war eigentlich ganz ok Kann wir hier stehen lassen Das, ne Das Passt schon So 2001 und da haben wir Wir können uns vielleicht ein bisschen was noch leisten Ähm Am Fest heute Was haben wir denn hier Brot 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 zum Brot Sehr gut Wetterbericht Und morgen Wunderschöner sonniger Tag Der erste Tag im Herbst dann tatsächlich Und ein wenig extra Glück Gut, bringt uns nicht viel Dabei sowieso Ja Nochmal eine sehr schöne Ernte Sehr gute Sache Sehr, sehr schön Kriegen noch ein bisschen Mais dazu Sehr gut Sehr gut Sehr gut, sehr gut, sehr gut Hier unten haben wir leider keine weiteren Peperoni Ist aber vollkommen in Ordnung Hier kriegen wir noch einen mit raus Jawohl Okay Ich hebe mal zur Sicherheit Äh Das tatsächlich auf Äh Moment, nicht hier, sondern Hier war das So Also ich glaube es gab da irgendwie Achievements noch dafür Äh, nicht Achievements aber Ähm Für das Community Center gab es glaube ich noch hier so die Sache dass wenn man Sachen mit extrem hohem Wert Oder extra hohem Wert eben abgibt Ich bin mir da irgendwie sicher, dass da irgendwas war Äh, dass das noch ein, äh, Requirement war Um, 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 um im Neudeutsch zu bleiben So, die ganzen Pflanzen werden natürlich irrelevant sein Ab dem nächsten Tag, man, das sieht man aber auch schlecht Ja gut, wenn man es weiß, dann, dann ja Aber sonst Gut, okay Okay Sehr gut Mal haben wir hier Heute Nacht um 20 Uhr wird etwas Wunderschönes passieren Die Mondlichtquallen werden an Pelikanen Achso, ja Vorbeischwimmen, um ihre lange Reise in den Winter zu beginnen Wir versammeln uns alle am Strand, um ihnen zuzusehen Das solltest du nicht verpassen Man sieht sich heute Nacht 22 Uhr Demetrius Eiten Ich dachte schon, Mayor Lewis sagt uns Bescheid, aber War dann doch der gute Demetrius So, dann nehme ich gerne mit Alles gut ihr zwei Natürlich Äh, so Zack, zack Zack, zack Wunderbar Viel Spaß euch noch heute Einen guten Block Sollte es ebenfalls eigentlich ganz gut gehen Ja, natürlich So Okay, leider keine Premium-Milch heute, aber ist in Ordnung Ist vollkommen okay So Schauen wir mal Ich glaube zwar nicht, dass da mittlerweile schon was kam, aber Bei unserem Ahornbaum vorbei Leider nicht Ah, wie angesprochen Vollkommen okay Wir können mal in der Mine vorbeischauen eigentlich Da wir ja sowieso ein bisschen Zeit haben Erstmal ein bisschen fällen Während da hinten die Produkte noch gären Ich glaube, heute arbeitet leider keiner Ansonsten hätte ich mir schon die Erweiterung für das Haus hier Äh, gepachtet Ups Ja, wenn gesprochen, heute natürlich nochmal alles zu verbessern Macht keinen Sinn, weil morgen vergehen die Früchte halt Da ja direkt dann der Herbst beginnt Von daher macht das nicht so viel Sinn Aber ja, ich will noch das eine Ei dann auf jeden Fall gären lassen Damit ich dann mich direkt aufmachen kann in die Mine Das ist so der Plan Jo Jo Legen wir die ganze Schose hier schon mal ab Ähm, jup, jup Okay Eventuary Space ist okay Und dann können wir morgen ordentlich investieren in Ah, Moment, haben wir eigentlich noch Random Gemischte Samen Ich glaube schon Sechs Stück gemischte Saat noch Können wir aber auch direkt dann auslegen Moment, die Sense packen wir einmal aus Schnappen uns damit das Heu Doch, ich glaube das war Also beziehungsweise Weizen Das würde ich auch zum Teil Okay, legen wir das Heu einfach schon mal bei Block ab Warum nicht Random Heu Äh, lableh Können wir das Ding Ne, ich glaube das geht von alleine an Anscheinend Oder mittlerweile sind Ist Blog so sentient Dass er das schon Von sich aus Anmachen kann Kann auch gut sein Dann kriegen wir dann nochmal Premium Mayonnaise Sehr schön Da können wir natürlich auch ein paar Sachen selber kochen Und die dann Ähm Ah, dafür Ne, ich glaube bei Maru war es nur Blumenkohl Wenn wir irgendwas Daraus Äh, kochen glaube ich war da nichts Mittlerweile Äh, gab es ja auch ein Update Mit dem man irgendwie Das Haus auch noch selber an Malen konnte Ich weiß nicht, ob man dafür jetzt extra was bezahlen muss praktisch Also nicht, ne In-Game logischerweise Sondern Ähm Bei Beim Laden hier Kann gut sein Ich lasse die ganzen Früchte übrigens mal da Das ganze werde ich absensen Weil Sensen Da verbrauchen wir keine Energie Und wir haben ja auch noch die ganzen Fertilizer eben hier drauf Und ich will nicht, dass die aus Versehen Einfach meine Felder jetzt hier kaputt gehen Und ich habe noch Fertilizer drauf Deswegen lasse ich die erstmal Werden die alle morgen absäbeln Und dann schauen wir mal Wie viel wir, ähm Wie viele Crops wir hier letzten Endes Einpflanzen können Vielleicht Hase Vielleicht werde ich es auch nochmal neu Machen Ich bin mir aber nicht ganz sicher Also nochmal neu anrichten Aber ich glaube damit geht eher mehr kaputt Durch unter anderem weil wir eben Fertilizer drauf haben Aber wir werden es nochmal neu anrichten müssen Weil so ganz gefällt mir das momentan jetzt trotzdem nicht So wie es aussieht Ich habe die, äh Die wir längst hatten Das sah irgendwie ein bisschen besser aus, finde ich Also die Anordnung Wenn wir ja alles so Horizontal haben Keine Jobs in letzter Zeit Was ist denn da los? Komisch Oh, oh Uh, Spiegelei Hallöchen Ich sag's ja immer mal die Mülltonnen anhitten Einen Eisenbarren haben wir ja auch schon rausbekommen Was, glaube ich, mittlerweile so das Beste ist, was wir rausbekommen haben bisher Wie sieht's aus? Emily kocht normalerweise das Abendessen, aber sie macht so merkwürdiges Zeug wie Quinoa Oh Ja komm, haben wir noch zweimal was für das Eis raus, für Demetrius 1661, wir kriegen noch ein bisschen was hinzu Ich hätte ein bisschen angeln, damit wir noch ein bisschen Kohle bekommen Damit wir dann genügend Sachen eben auch für den, ähm, Herbst haben, für die Samen, für die Saat Und dann sehen wir uns gleich wieder Wir sind auf dem Weg Tanz der Mondlichtquallenquellen Hat begonnen am Strand Das heißt, wir machen uns natürlich direkt auf in die Richtung Ich hab noch ordentlich was an Äh, okay, da fehlt jemand anscheinend am Strand Wir haben noch mal ordentlich was geangelt Ähm, hoffen wir mal, dass es ordentlich Kohle auch geben wird Hoffen wir mal Wir müssen uns ein bisschen beeilen allerdings Äh, okay, sehr gut Haben es noch rechtzeitig geschafft Schauen wir mal, ob hier noch irgendwas gespawnt ist Den Shop haben wir da Wunderbar, schauen wir mal bei jedem vorbei Hallo Diese Kerzen sind romantisch, nicht? Hm, warte mal an hier Wolken... Wolkenaukleber Okay Mondlichtquellenbanner Kann er da im Haus platziert bleiben? Ah, okay, Quellen Quallen Bam Ist gekauft Sieht cool aus Raumschiffaufkleber Nope, moderner Teppich 4000 Pff, okay Meerschaumpudding Dieser... Brini Pudding wird sie wirklich in die maritime Denkweise bringen Göt zu wissen Schön, dass es auch Aukleber gibt Sag das nichts davon, aber ich bin ein wenig enttäuscht, dass es heute kein Buffet gibt Das ist mir klar, Pam Mondlichtquellen Ich frage mich, wie die schmecken Ich würde es natürlich nie versuchen Ist klar Das Leben ist für eine Qualle so einfach Sich einfach für immer von den Wellen tragen lassen Is what you think Ich will den seltenen grünen Wabbel... Okay Pause Okay, hier haben wir die, äh... Linken Park Crew Ich dachte dort hätte sich etwas bewegt Etwas Großes, etwas Dunkeles Deine Seele? Wollt ihr dir nur Angst einlagen? Okay, nevermind Solch eine seltene und aufregende Sache Ich frage mich, ob die giftig sind Vielleicht sollte ich Sebastian doch nicht ins Wasser schubsen Ihr habt echt Probleme, mein Gott Ich hätte meine Kamera mitbringen sollen, ich vergesse sie jedes Mal Ich kann nicht glauben, dass der Sommer vorbei ist Mir kommt das so vor, als hätte er gerade erst begonnen Komisch, dass es nur 28 Tage sind allerdings Ich dachte, das wären volle 31 Das ist eine ganz schön... Hat sich bei hier irgendwas verändert? Irgendwie siehts ja anders aus Das ist eine ganz schön große Menschenmasse für eine alte Anlegestelle wie diese Ich bleibe lieber hier drüben in der Nähe des Strands Kann ich gut verstehen Die Quallen waren vor einem Jahr hier und nächstes... Und nächstes werden sie... Werden sie es wieder sein Achso, die Natur ist schon beeindruckend Shane, don't like you still Ich hoffe, dieses Jahr gibt es Babys Alright Das ist echt die wichtigste Person ever, Maru Dort, ich habe etwas leuchten sehen Ah, alles ist weg Lass deinen Blick über diese endlose See schweifen Tief unter der Wasseroberfläche existieren alle möglichen Lebensformen Unheimlich, nicht? Notless Ich habe heute Abend extra meine besonderen Schuhe angezogen Keinem ist das aufgefallen Ist auch relativ dunkel, mein Freund Wenn wieder der... Wenn wir weiter den Ozean verschmutzen, werden diese Quallen sicher aussterben Es passiert sogar schon Gut, dass du währenddessen lächelst Es ist ungeheuerlich, haben wir keinen Respekt mehr vor der Natur oder meinen wunderbaren Haaren Er und Hailey, sie passen gut zusammen Definitiv Sind beide relativ high maintenance Wo ist Maru? Und Demetrius? Okay, hier haben wir den Rest anscheinend der ganzen Crew Ich erinnere mich daran, wie ich als junges Mädchen diese Quallen schon einmal gesehen habe Oh! Wie ich mich über ihre Ankunft gefreut habe Aber das ist lange her, ich bin nicht mehr so voller Energie wie früher Ah, das ist falsch Was? Warum schaust du mich so an? Denkst du, ich bin zu alt, um so etwas zu genießen? Ah, der Junge hat Probleme echt Pfff Aha Nun, der Sommer ist vorbei, um ehrlich zu sein Ich werde keine einzige dieser lästigen Mücken vermissen I know that feel Ah, irgendwie ist es ziemlich kalt Wahrscheinlich, weil der Herbst kurz bevor steht Ich bin doch in der Nähe, ist doch alles gut Ich sollte schon längst schlafen Hey, hast du das Kerzenboot gesehen? Ich habe es selbst gebaut Ja, nice, hab sogar das Haus gesehen Sehr gute Arbeit, verdammt nice Die Mondlichtqualle, was für eine bemerkenswerte Spitzige Wir haben sehr viel Glück, dass sie auf ihrer langen Reise in den Süden hier Halt machen Keiner weiß, warum sie sich so vom Licht angezogen fühlen Sehr interessant Ah, das ist hier die zweite Hälfte des Strandes Das anscheinend mittlerweile für uns repariert wurde Bisher haben wir das ja noch nicht gemacht Ich glaube, 150 Stücke Holz waren es nur Die haben wir natürlich dick Aber bisher habe ich das natürlich noch nicht Noch nicht benutzt Hey, ich zolle einem weiteren vergangenen Sommer meinen Respekt Ah, da fällt mir gerade ein Es war doch im Sommer einmal die Rede Sommer? War es im Sommer oder war es im Frühling? Ich weiß gar nicht mehr genau Ich glaube, es war irgendwann im Sommer War doch im Fernsehen die Ansprache Dass am Strand extrem viele Sachen angespült wurden Was nicht stimmte Oder was vielleicht stimmte Vielleicht war das hier auf der Seite Und nicht auf der Seite Das kann natürlich gut sein Dann haben wir natürlich ein bisschen gepennt leider Ich schleiche mich einfach an Wenn die Quallen kommen Ich will niemanden belästigen Okay Ja, das ist absolut nicht creepy dann Ich kann einfach mit dazustellen Wäre das normale Das ist einfach, warum es ein bisschen creepy Hat ein bisschen was von Whaley von Hey Arnold Die meisten Nachtfische hätten Hätten Angst vor Licht Diese hier sind eine seltsame Ausnahme Guten Abend Love Giant Die Mondlichtquallen sind nahe Ich habe schon eine in der Ferne leuchten sehen Sobald wir das Kerzenboot losschicken Kommen sie zur Anlegestelle und sagen Hello Weißt du, soll ich das Boot jetzt losschicken? Jo, hau raus Ich glaube, wir haben mit jedem gesprochen Dann schauen wir mal, ob wir die grüne Qualle sehen Können wir uns bewegen? Ne Ahja, selbstgebaut von Robin Hm? Hm? Oh, da haben wir die grüne Ja Das Leuchten des Sommers ist jetzt verblasst und die Mondlichtquallen führen ihren Weg in das Weite Unbekannte fort Wunderbar Und wir kriegen hoffentlich keinen Mal Lust dafür übrigens So, Mondlichtquallenfest ist vorbei Der Sommer ebenso Wir haben es noch rechtzeitig geschafft Vor dem Sommer Oder so Das Haus komplett neu Was heißt neu? Das Haus komplett aufzubauen Was schon mal eine sehr gute Sache ist Ich werde übrigens mal die ganzen Sachen hier rausnehmen Call me crazy Und die in Die Die Den Kühlschrank rein verfrachten Machen wir eigentlich Eines nach dem anderen Dann habe ich den Ja, den Meister Oder? Haben wir den? Hab ich den? Na? Den Meister wieder reingehauen? Ja Ähm Ich bin aber gespannt, wie viel Kohle wir eingenommen haben durch das Angeln Da sollte doch einiges sein Ich habe zumindest ein bisschen Zeit investiert Deswegen hoffe ich mal, dass da ordentlich was bei rausgekommen ist Okay Den Banner Ach, den können wir überall hinstellen oder was? Ne, nur an die Wand Logisch, macht Sinn Kajako Hoffentlich gefällt dir auch das neue Haus Solid Äh, Moment Genau Das Wichtigste Das Wichtigste natürlich zum Schluss Und Wir gucken mal, wie viel Kohle wir durch Hofarbeit Yes Yes Fischen Okay Relativ wenig Ich dachte eigentlich, da haben wir ein bisschen mehr rausbekommen Weil ihr seht, okay Abgesehen hiervon logischerweise Aber Ich wundere mich, dass es keinen Abzug gab Aber hier Okay Okay Hätte ein bisschen mehr sein können Aber zumindest haben wir nochmal ordentlich hier was rausgeholt Käse und Mayonnaise jetzt Jesus Christ Sig Sayako Und Man muss mal den Namen nachschauen Und Blog Die Drei Das ist unser Dream Team 1953 Eingenommen Und Der erste Tag im Herbst